Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Shellshock Live heute mit... Manu! Let's play! Perfekt. Manu, was ist dein erster Schuss heute? Was kannst du mir heute servieren? Boah, ich hab sowas leckeres. Ui! Aber wie macht man das denn nochmal ohne die Schießregel? Wie funktioniert das Spiel doch gleich? Es wär schon stark, wenn ich das machen würde. Aber will ich auch einen starken Schuss abliefern? Für die Zuschauer. Ja, also ich würd sagen, ein scharper, starker... Oh nein. Warum hast du auch immer die hohen Versionen davon? Die ultra viel Schaden machen. Lol. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Da kommst du nicht rein. Was ist das denn? Beste Runde ever. Das ist zu kurz. Das trifft dich selber, oder? Es trifft uns beide. Nice. Und kritzelt öfter bei dir als bei mir. Nö. Ja doch. Nö. Du hast minus viel Damage gemacht. Nö, Warno. Jetzt hör auf. Weißt du, deine Vorspeise war richtig eklig. Mhm. Dabei hast du mir was Leckeres versprochen. Ne, es war super lecker. Die Zuschauer haben gerade richtig krass gemundet. Und gerade eben hier der wohlgedünstete Zipper für uns beide, weißt du? Der war wohl super. Ne. Ne. Wow. Der hatte einen ekelhaften Abgang durch das Portal da. Durch das, ähm... Das Messer. Bauen das Ding. Äh, was hast du jetzt bekommen? Deinen Tod. Ne. Du tötest mich nicht. Tod! Du tötest mich nicht! Ja! Boah, Alter, was? Ja, genau. Wow. Ich hab gesagt, du tötest mich nicht. Und weißt du, was du gemacht hast? Dich getötet? Ja, richtig. Gut erkannt. Schöner Dialog zwischen uns beiden. Und dafür bekommst du jetzt Frösche ab. Oh nein. Oder auch nicht. Kommst du nach links. Kommst du nach links. Kommst du nach links. Kommst du nach oben. Oh nein. Gecrittet. Und noch ein extra Brot. Los. Zack. Ja. Neu. Und 20 Damage. Das war nice. Nein, darf ich nicht bitte einmal die... Nein, 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 Manu. Ui. Wow. Wow. Mann, mit der Regel bist du tot. Ohne die Regel. Äh, ohne. Lol. Klassentrottel. Aber ich hab noch eine Geheimwaffe. Was mach ich jetzt? Wie treff ich dich denn am besten? Ich hab eine Geheimwaffe. Ich mach halt einfach so, weißt du. Ja, ich... Ich... Jetzt hab mich jetzt einfach so. Ich hab mich jetzt einfach so. Spodder. Alter. Mh, lecker. Wow. Weißt du was? Nein, 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 nein. Nicht Suizid. Ne, ne. Hat ihn nicht vor. Hier. Oh, 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 oh. Nein. Bouncey. Nein. Bouncey. 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 Alter, das wär so... Bouncey. 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 Offensichtlich nicht. Ja, es hat nur keinen Schaden gemacht. Ich habe auch nur lustige Waffe geschossen. Das Kleeblatt, das liebst du noch. 14 Schaden. 14! Warum? Ach Gott. Wow, und er kommt da hoch. Ja, genau. Ich stelle mich auf die Kante. Ich balancier hier, Manu. Ich balancier. Nur für dich. Ich balancier hier, damit du den Pfeil bekommst. Oh, der war ja stark. Ja, 66. Hey, na? Bitte, Grit. Schade. Oh, schade. Sehr schade. So, dann noch ein bisschen Gras. Nein. Zack. Wow. Power. Okay. Schade, echt schade. Was, schade, dass es mich nicht getroffen hat, oder wie? Ja. Wo ist mein Leben jetzt vorbei? Was für beiden meinst du? Ist es. Ist es. Komm, ja, 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 ja. Kein einziger, kein einziger, kein einziger. Warum kriegst du, wenn da jetzt Rüstung drin ist? Ich lief die Runde. Ja, gewonnen. Wow. 25 Rüstung. Danke. Wie treffe ich dich jetzt? Ich bin schon in der nächsten Runde. Wie treffe ich dich, Manu? Ja. Ach, ich habe eine Idee. Erdbeam und Kritt. Was ist das für eine Scheißrunde? Das ist die perfekte Runde. Ja. Ja. Die perfekte Runde. Weißt du was? Nein, nein, nein. Kein Suizid. Oh, zieh. Hat relativ viel Charme gemacht. Warum macht der das? Warum macht der das? Da, dann nimmt er es. Ja, klar. Hä? Was war? Alter. Ja, Manu. Hast du... Oh, oh. Na? Was ist dein Plan? Keine Ahnung. Vielleicht ja mein Tod. Komm. Oh. Was? Alter. Okay. Na, ich bin auf. Ich habe mehr Schaden gemacht als du. Wow. Hä, wie kann das sein? Keine Ahnung. Wegen der Rüstung? Eben, wenn du die Rüstung gerade nicht bekommen hättest, wärst du gestorben. Ja, ja, Manu. Wow. Manu, wir müssen uns nicht mehr bekriegen. Es ist vorbei. Es ist vorbei, Papa. Es ist vorbei. Ich verstecke mich hier. Ich habe so Angst. Würdest du jetzt gegen Fremde die Regel benutzen? Ja, klar. Sicher? Wenn nicht, dann spiel ich nicht. Okay, okay. Du darfst die benutzen. Okay. Bitte lief nicht. Gehen wir auf den Undying wegen der Rüstung, ja, ne? Ich wäre auf den Slime gegangen. Ja, aber der Undying ist lower. Aber der Slime hatte einen Kirby-Avatar und der war süß. Ach, und dann willst du ihn töten? Äh, okay, gehen wir auf Undying. Lass uns auf Undying gehen. Oh, nimmst du das? Schaffst du das? Glaubst du an dich? Soll ich volles Risiko fahren? Nimm ein starkes und baller ihn weg. Denkst du? Ich meinst Clover und mach vielleicht null Damage. Was denkst du? Wie viel würdest du schätzen, muss ich verschieben? Äh, drei, auf 79 würde ich denken. Oh, auf 79 habe ich auch. Los, mein Neger-Bilder. Ja! Nein, meins hat nicht getroffen. Und, pow! Oh, es werden nicht alle treffen. Na. Pow! Mist. Ach, schade. Wenn ich jetzt noch eins weiter und drei kürzer nach soll. Ja. Gut. Ich werde wahrscheinlich sterben. Du überlebst das, Manu. Du hast noch Full Life. Warum solltest du sterben? Ich hab gar nicht Full Life. Guck mal meine Rüstung an. Die könnt ihr ja nicht zu deinem Leben, Manu. Doch. Das ist mein Leben. Die Rüstung ist mein Leben. Das ist nicht dein Leben, Manu. Du irrst dich. Man kann gar nicht unter Rüstung leben. Du irrst dich. Du irrst dich. Ich bin aber kein Ihre. Oh. Manu. Gehen die auf dich? Ja, die gehen auf dich, weil ich Teile bei mir habe. Nice, Leute! Ja, alles klar. Das brauche ich ja ganz dringend, das Geschenk. Also nach diesem War Choke hättest du es eigentlich verdient, getroffen zu werden. Wow. Obwohl, ich bin ja Meister der schlechten Witze. Ja! Nein, du hast das, meine Explosion raus. Der war für die schlechte Ente hat. Wie lächerlich das aussah und auch das Geräusch. Als wäre das so voll aufwendig gewesen. Aber jetzt töten wir den, oder? Ja, wir legen den schlafen. Ich hab einen Superspicker. Ich hab einen Double Zipper. Gehen die wieder auf mich? Nee. Die gehen auf unten. Oh Gott, nein. Warum hat der Junge denn solche krassen Kack-Items? Nein. Alter, was zur... Ja, genau. Shit. Also irgendwie gefällt mir das hier nicht. Was genau? Alles. Vielleicht treffe ich, vielleicht schließe ich ins Portal. Oh Gott. Oh, schön, ja. Okay, okay. Kein Plan. Oh, wie es vorbeigeht. Einer hat getroffen. Ja, ich hab das Ding nicht aufsammeln können. Aber wir haben ihn, Manu. Wir haben ihn. Haben wir nicht. Wir haben ihn genau da, wo wir ihn haben wollen. Nee, nee, die töten. Die... Die gehen auf mich? Du hast was über dir und ich bin vor denen. Nein, nein, die töten dich nicht. Doch. Die lieben dich. Das siehst du schon an deren Bahn. Die lieben deine Videos. Die lieben deine Videos, Manu. Ja? Ja, ja. Haben sie geschrieben? Die werden dich nicht töten. Haben sie es geschrieben? Ja, ja, ja. Die haben geschrieben, wow, German Display. Ich liebe deine Videos. Last Team. Oh. Dann trifft er Maid. Dann trifft er Maid. Dann trifft er... Hä? Er hat sein Maid getroffen. Hat er mich nicht getroffen? Doch, doch. Hat sich Schaden gekrittet. Okay, ich gehe jetzt in den Maid. Wir gehen ja eh beide auf den anderen, oder? Ja, ja, ja. 45 lehmer hat der. Wie viel Schaden kannst du dem machen? Äh. Interessante Frage. Ein Bulga habe ich. Keine Ahnung, 30? Trifft er auf jeden Fall. Und dann ist er weiter unten. Er denkt dran. Nee, er ist weiter oben. Oh, ich habe schon eingeloggt. Keine Ahnung. Oh. Aber ich kriege es weiter. Alter, triff mich bitte nicht. Ja, komm, die fünf Schaden kannst du dir erinnern. Ah! Nein! Weil du es ihnen höher gemacht hast. Du miese Schwein. Ich habe davor eingeloggt, bevor du den geschossen hast. Du miese Schwein. Geht jetzt auf mich? Ja. Oh nein, der kann sich ja bewegen. Warum gehen die nicht auf dich? Ja, okay. Nein! Nein! Oh! Oh! Er trifft sich selber zweimal. Ist das ein Bob, ey? Der Typ ist so ein Bob. Ist die geil. Er war nur. Warte, ich kill den Safe, okay? Ist das Safe? Ja, das ist 100%ig Safe. Oh ja. 100%. Ui! Pau, fünf Damage. Nein, ist der Kiel, oder? Ja. Und jetzt werde ich Slime töten, weil er dich getötet hat. Na, wer hat sich selber auch Damage gemacht? Ja, ist aber egal. Ich werde ihn trotzdem umbringen. Brutal. Nee. Nee, ich werde ihn... Ich glaube, er schafft das. Er gewinnt. Ich werde ihn nur... ...schlafen legen. In einem Panzer. Oh Gott. Ach so. Das ist hier die FSK 12-Fassung. Ja. Nochmal Amor. Man hat Wand, das ist überhaupt Shellshock. Sechs. Äh, was schieße ich auf ihn, Manu? Kannst du mir was erzählen? Was hast du denn? Das hier. Wow. Oh, das war echt gut schaden. Einer daneben. Einer geht immer daneben. Ob der eine Sniper hat und dich jetzt one-eatet? Nein, 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 nein. Der kann mich gar nicht. Obwohl, wenn er krittet. Nee, selbst wenn er krittet kann, dann bin ich nicht vorne hinten. Ich habe mehr als 200 Leben. Ich bin unbesiegbar. Stimmt. Aber er macht etwas viel stärker als ein Sniper-Schuss. Oh. Hat er echt gemacht? Nee. Der kann was nicht. Ey, der kann meine Items nehmen. Cool. Ich move mich mal, okay? Ich habe noch einen Bouncy Ball. Aber wenn er den nimmt, dann hast du verloren. Oh nein, ich kann ihn nicht mehr treffen, Manu. Ja, genau. Hui. Nicer Prank. Ja. Hallo, Manu. Hallo, da. Hallo. Bitte, bitte. Was machen wir denn jetzt? Wir bekämpfen. Ich habe einen Spatzer. Die zweite Stufe des Spatzes. Ein Spatzer? Ich kenne das nicht. Ich auch nicht. Ich habe einen Spatzer. Vielleicht macht der noch weniger Schaden. Ey. Hä? Wo bist du denn hin? Wie fliegt der? Also, bei mir war ich ganze Zeit hier. Nee, nee. Nein, nein. Das ist ja... Nee, nee. Bei mir auch. Oh, okay. Hast du ein Messer? Nee. Hallo? Stichst du mich ab? Auch gut. Stichst du mich ab? Warte. Nein. Was ist das? Nein, oder? Ich segne dich, Manu. ein Geschenk. Oh Gott, ich streffe mich selbst an. Junge. Aber dafür bekommst du den zweifachen Niedler ab. Double Niedler? Ja. Hoffentlich stirbst du direkt. One Shot. Wow. Ich wusste, dass du so ein Utalo bist. Ich dachte, das war viel mehr. Ja, bin ich, ey. Aber dafür kriegst du den doppelten Pinpoint ab. Wow. Oh Gott, hoffentlich suchte ich das. Ja. Ui. Nein. Na gut, du willst Stress, ne? Nein, 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 nein. Das magst du, oder? Bitte hör auf, bitte hör auf, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte. Du bist tot. Alter! Oh. Was? Okay, okay, okay. Wie kann ich dich hören? Wie kann ich dich hören? Ich muss dich irgendwie... Oh, du bist tot. Bin ich nicht. Wenn du Summer Godrays hast, dann gehe ich offline. Noch besser. Rate mal, was ich habe. Messer? Alter, wie viel Scharen das macht. Ja, ist nicht schlecht, oder? Krass. Bin ein Profi. Ja gut, vielen Dank, mich zu sehen. Schaut bei Marne vorbei, da gibt es auch krasse Punta-Action mehr. Ist auch sein Kanal-Spruch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.